Guten Morgen, Juli. Oh, danke. Leitstelle? Ja, die Bevölkerung waren. Ja, was ist denn bei dir passiert? Okay, alles klar, machen wir. Wir unterbrechen unser aktuelles Programm für eine dringende Durchsage. Im örtlichen Chemiewerk gab es um 9.10 Uhr Ortszeit eine Explosion. Die Feuerwehr ist bereits vor Ort. Es kommt zu starker Rauchentwicklung. Halten Sie sich nicht im Freien auf. Bitte begeben Sie sich sofort in geschlossene Räume. Schließen Sie vorsorglich Fenster und Türen. Oh. Südli. Was ist denn? Da vorne. Ähm, ich mach mal den Fernseher an. Bei drohender Gefahr verschwinden die possierlichen Tierchen blitzschnell in ihren Erdlöchern. Das Erdmännchen ist am Tag aktiv. Hallo, Schatz. Ist alles gut bei euch? Ja, alles gut. Wir haben uns nur wahnsinnig erschrocken. Okay, kannst du noch bei Frau Kruse Bescheid sagen? Die hört doch so schlecht. Ja, mach ich. Aber ihr Radio ist so laut, da wissen es eh schon alle. In Deutschland werden Warnungen über verschiedene Mittel und Wege ausgespielt, damit möglichst alle schnell und rechtzeitig gewarnt werden. Hashtag Warnmix für Deutschland. Hashtag Warnmix für Deutschland. Nachden wir reifen fest, das muss gern benutzt werden. Änd... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020